hi bushcrafter auf youtube ich bin wieder da vor meiner vierwöchigen wanderung durch deutschland komplett ohne geld ja ich bin jetzt hier auf dem wunderschönen oder havel kanal wie ihr sehen könnt super tolles wetter wir haben den 5 oktober und etwa 20 grad richtig richtig schön ich paddel heute mal statt zu laufen oder fahrrad zu fahren ist ganz entspannt hier war ich ja schon öfter zu fuß deswegen ist es immer ganz nett wenn man hier auch noch mal mit dem boot so wirklich das wasser erleben kann ja relativ viele motorboote unterwegs geht er bislang ja ich werde heute drei folgen wahrscheinlich machen nachher noch mal wo ich was koche und so weiter weil ich doch noch nicht so wirklich gut im schneiden bin und ja dann werde ich euch noch mal zeigen wie ich ein bisschen meine meine buschbox arbeite und anschließend vielleicht noch ein kleines tutorial über irgendeine schnittstechnik wie auch immer erst mal macht's gut meine freunde bis dann ciao